Weiter geht's mit BaiduarsGate3. Ich hab keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Na doch, ich weiß wieder. Ich hab mir die Kiste von dem Typen hier geschnappt. Jetzt ist die Frage, waren wir hier schon überall? Ne, hier gibt's noch ein paar Abzweigungen, da waren wir noch nicht. Mal gucken, dass wir irgendwie die Map noch erkunden, bevor ich... Also irgendwie glaube ich, dass wir bei Akt 2... Bei Akt 2 angekommen sind. Warum brenne ich denn? Was ist denn los hier? Kann ich... Rast, lohnt sich nicht. Ach, er ist der Real, jetzt komm mal her. Komm mal her hier. Hä? Der Real, dann brauchst du eine extra Anladung, das ist überhaupt kein Problem. Hier, kriegst du ein bisschen Säure ab, bist du selbst schuld, wie Idiot. So, kommt der jetzt? Kann ich mir das Symbol gleich angucken. Dankeschön, so. Ich brauch einmal... Hab ich noch Heiltränke? 16 Stück, wunderbar. Wunderbar, das passt. Okay, was ist das hier? Das Symbol kann ich mir nicht angucken, oder was? Ne, okay. Ähm... Gibt's hier oben irgendwas? Ich glaub nicht. Wir können ja mal gucken. Hier waren wir aber schon. Okay, ne, hier gibt's nichts zu gucken. Alle Mann wieder runter. Hier gibt's nichts. So, warte. Hab ich den schon geblündert? Ne. Hast du was für mich? Ui, rasche Antwort. Zeig mal, was ist denn das? Warte ist das denn hier? Was ist denn die rasche Antwort? 2 bis 7. Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge an Wucht. Wucht, Wucht, Wucht. Sieht hübsch aus. Sieht hübsch aus. Oh, ich hätt kein Grün anziehen sollen. Egal. Das kriegen wir schon hin. So. Okay. Hier waren wir auch schon. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich glaub, das Kapitel endet gleich da hinten irgendwo. Also müssen wir mal gucken. Weil ich hab, soweit ich informiert bin, alle Nebenmissionen hier erledigt. Also alle, die ich gefunden hab, ne? Kann sein, dass ich irgendwas übersehen hab, bei meinem Glück, aber... Scheint grad nicht so zu sein. Guck gleich nochmal nach, aber... Ich glaub, wir sind so ziemlich am Ende. Wir müssen aber noch hier lang gehen. Was sind denn hier für Missionen noch offen? Das ist einmal... Nein, das wollen wir nicht. Weil ich den Gebirgspass... Aha. Das hab ich schon durchgesucht. Ich weiß nicht, warum es noch offen ist. Gucken wir mal Tagebuch. Akzeptiere dein Potenzial. Kann ich noch nicht machen. Äh... Die Draw-Commandantin Minthara hat von uns an den Fakt gesprochen, dass wir uns... Äh... Dass wir bei uns haben. Hä? Warte, okay. Ich versteh die Quest nicht, aber egal. Suche das Nachtglied. Das hab ich nach wie vor nicht erledigt. Und ich weiß, wo das war. Aber ich will mal kurz hier ein bisschen gucken gehen, was hier so abgeht. Ich glaub, hier geht's halt weiter zum nächsten Gebiet, ne? Äh... Egal. Ich muss ja eh alles erkunden. Also ich will alles erkunden. So, ey, was ist das denn hier? Bin ich langsam. Äh, was für Geräusche hier, Mensch. Meine Güte. Aha. Irgendein Buch brauchen wir nicht. Ah, wo geht's hier hin? Wo geht's denn hier hin? Ui, wo sind wir denn hier? Oh, etwas brennt. Okay. Aufmachen. Ähm, wo bin ich denn hier gelandet? Oh shit, geht's euch gut? Ähm. Wie kommen wir da rein? Los, Männer, Frauen, drücken. Stärke, mit ihnen die Trümmer wegschieben. Was muss ich werfen? Ne 10. Und ich hab minus 1 auf Stärke. Wunderbar. Das geht doch schon wieder gut los, ja? Jetzt rollen wieder die Würfel. Und die Würfel rollen. Ne 16. Wunderbar. Los. Drück. Jawohl, drücken. Das war ein, das ist Sparta-Moment. Das war geil. Das ist ja gut, ist ja gut. Hey Lars, ich bin hier. Verdammte Scheiße. Wie finde ich die? Okay, muss einmal nach oben. Okay, mein Gott, das Ding ist aber rappen hier. Shit, okay, das öffnen wir dann zuletzt. Können wir hier durch? Fuck, ich komm hier nirgends wo durch. Ich muss die Tür aufmachen, oder? Fuck, muss sein. Oh, Junge, das hat geknallt. Das meint er mir, das könnte Ärger geben. Wem soll ich retten? Den, ja? Nimm mich raus. Ja, mach ich. Oh, shit. Hilf ihn doch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Versuchen, den Balken wegzuhebeln. Ich muss ne 15 würfeln. Intelligenz plus 1. Boah, 15 würfeln ist so ne Sache, ne? So ein Sweet Spot. Da seh ich mich eigentlich nicht so. Ne 1, jawoll. Es geht wieder los. Geil. Ah, geil, hab ich vermisst. 1 und 0 hab ich vermisst, komm. Weißt du, wo wir jetzt immer dabei sind, ne? Gebt mir doch ne 0. Können wir ne 0 würfeln? Bitte? Kann ich ne 0 würfeln? Das wär voll nett. Jetzt ne 1, dann ne 0. Und ich wär wirklich super happy. Ich hätte gleich ne 0 würfeln, bin ich so sauer. Wer? Viel wer? Lass es. Wir würfeln hier keine 0, damit das klar ist. So. Okay, Chef. Ich hol dich jetzt raus. Ne 1. Okay, wir können nochmal würfeln. Also ne 1 zu würfeln, 2 miteinander ist schon ne Kunst. Ne, ist schon ne Kunst. 22, Gott sei Dank. Kalak ist einverstanden. Gut. Das ist es. Gerne. Ich hab keine Ahnung. Die Tür da drüben. Kommt, folgt mir. Verdammte Scheiße. Haben wir noch irgendwen hier? Können wir das aufmachen? Wie, was ist das denn? Rote Tür. Mach das weg. So, alle mal hier raus. Okay. Was mach ich jetzt? Zug beenden. Weißt du, ich werd... Oh. Lol. Haben wir alle rausgeholt aus dem Ding hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, ich hab so ne schlechte Befürchtung, dass ich richtig verkackt hab. Retention? Wo seid ihr denn? Ähm... Okay, ihr müsst hier raus. Können die da nicht raus? Willst du mich verarschen? Doch, können die. Und jetzt? Ich weiß, hab ich irgendjemanden vergessen, hier zu retten? Ich bin jetzt... Okay, ich bin verwirrt. Wie viele kann man retten? Harlak, stell dich nie so an. Du stehst auf Feuer. Irgendwie bricht hier alles zusammen. Oh, Junge. Ähm... Ich seh nicht viel. Geht gar nichts? Okay. Äh, interessant. So, die sind schon mal draußen. Here we go. Äh, wer ist jetzt dran? Okay. Ich hoffe, ich musste nur den einen befreien. Los, schnell hier raus. So, wir sind gleich auch draußen. Hey, lad nämlich mit. Warte, ist der tot? Hä? Wo ist der hin? Hä? Hä? Dumm? Hört jetzt dein Ernst? Der pimmelt da oben rum, hör doch auf. Hör mal, was steht denn der da jetzt so rum? Ist doch auch wieder scheiße. Mal raus hier, alle Mann. Jetzt muss ich wieder hoch. Umgebungszug, das ist aber wild. Ich hoffe so sehr, ich habe hier keinen übersehen. Und ich konnte nur ihn retten. Aber ich glaube, da waren... Okay, fuck. Fuck, okay, ich habe es jetzt schlecht gespeichert. Okay, das ist schlecht. Fuck. Da müssen wir mal gucken. Ja, komm, mach hin. Leute, da sind noch welche drin, ne? Fuck, kannst du irgendwie hier rein? Was machen? Okay, er muss wieder rein. Ist mir egal. Wo packst du denn jetzt? Der geht mir auf den Sack. Mitkommen. Ja, die ist verbrannt. Komm mit jetzt, komm. Was hat das für einen Unterschied gemacht? Oh, komm mit. Es ist ein bisschen warm hier. Die Zeit hat alle Wunden mitkommen. Verarschen? Okay, können wir noch irgendwo hier hingehen? Da können wir nicht mehr lang, glaube ich, ne? Wer ist das denn? So, warte, was? Was muss ich denn hier machen? Kommt der jetzt mit oder nicht? Du gehst mir auf den Sack, wirklich. Also, du gehst mir gewaltig auf den Sack. Habt ihr nichts, was von einem Mitgift gesagt? Okay. Guck, ob ich irgendwo hier hinkomme. Du gehst raus. Okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich noch irgendwo hier hinkomme, weil ich check nicht, warum die hier drin pimmeln. Findest du die Treppen wieder hoch? Ja, ne? Ist hier irgendwas drin? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht. Wir können ja mal reingucken, gell? Still alive. So, that's progress. So, nehm ich. Allah kann hier nirgendwo... Oh, Moment mal, vielleicht. Kann die das kaputt machen? Was könnte gehen? Die Munden gegen Stichstand. Ah, hör da auf. Shit. Da könnte was drin sein. Ich glaube, ich hab Maxi mal verkackt. Ach so. Okay. Mach das mal weg jetzt hier. 100 Prozent. Jawohl. Oh, das haben wir gleich. Sehr gut. So. Heilige Flammen, maybe? Nö. Können wir dich hinein. Dies hilft mir alles nicht. Ich muss doch noch irgendwas sein. Ich seh hier aber nicht viel. Alright, what now? Weiß ja nicht, was jetzt. Sag ich dir ganz ehrlich, ich weiß ja nicht. Ah, ich hätte Dings ansetzen können. Sprinten, ne? Muss ich gleich machen. Ich, ah, ich würde jetzt viel zu sporadisch sprinten ein. Egal. Er ist jetzt dran. Ist der, ne? Wo ist er? Ne? Ne, ich bin dran. So, Spurten. Oh, ich seh gar nichts hier. Hop, hop, hop. Okay, das können wir gleich machen. La, la, la. Da ist das auch kaputt. So, Asterion. Den brauch ich eigentlich nicht mehr. Den kann ich auch wieder rausschicken. Ja, Umgebungszug ist ja okay. So. Mach das kaputt. Mach das kaputt. Hallo? Ist dumm. Warum kann er das nicht kaputt machen? Das ist ein Problem. Der Weinschaden war jetzt nicht so gut. Okay, so aber. Da haben wir noch jemanden. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hä? Soll ich jetzt wieder rausgehen, oder was? Das könnte... Warte, warum blinkt das? Come on, let's go. Ein Damage, hör auf. Mach das weg, komm. Sehr schön. Was ist hier drin? Was, Söldner, der flammenden Faust, okay. Brief, mitnehmen, schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Äh, ich sehe hier nichts. Nö. Doch, hier, Moment mal. Hier vielleicht etwas? Nee. Ich habe einen Gang freigemacht, weiß aber nicht wofür. Das ist ja wirklich wunderbar. Okay. Dann gehen wir jetzt. Someone there. Du gehst auch raus. Ah, wir gehen jetzt echt, okay. Kommt die jetzt mit, oder? Alle Mann und Frauen raus, bitte. Danke. Warte, Großherzog. Was habe ich für ein... Fahrgeruch? Hä? Rettet... Rettet den Großherzog. Die Trümme des Mondaufgangs sind ein bliebiger Ausflugsziel. Zumindest für den... Rettet der Absoluten. Vielleicht wurde der Großherzog dorthin geschafft. Okay, lol. In der Neemission. Keine Ahnung, wofür. Watch your bag. Raus hier. Brennt. Wurten. So. Alle Mann und Frauen hier raus. Vielleicht geht nicht mehr lange gut. Was ist jetzt mit dem hier? Bleibt der jetzt hier, oder was? Alles klar. Der bleibt da drin. Das soll mir ja egal sein, ne? Wenn du brennen willst, brennen. Mich guckt das nicht. Dann holen wir den mal raus. Komm, ich versuche den mit ihr rauszuholen, irgendwie. Muss ich ja. Na komm, 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 komm. Gleich sind alle draußen. Na außer ich. Das ist schlecht. Schnell rein, schnell rein. Ich muss den irgendwie rauszuholen. Vielleicht sind alle draußen. Oh, oh. Frische Luft, ja. Das... Glaube ich auch. Es braucht mehr als nur Feuer, um mich zu verbrechen, Eva. Jetzt hörst du nahe, Fist. Die Schulden kreien. Drow hat den Grand Duke nach Ravengard westward. Nach Westen. Wenn meine Augen und Hörer glauben können, können wir geliefert. Gauntlet. Report zu dem Mann und send für Reinforcements. Wir müssen den Duke finden. Oh, ne Komma, Kanzler. Versuch dabei zu helfen. Natürlich. Ravengard ist ein Champion für die Leute, mit dem Beide aus dem Gitarre. Damn. Ich werde den Herzog retten. Mein Wort drauf. Gut. Ist das Kapitel 2? Warte, 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 warte. Was ist das? Oh. Was ist das hier für ein Item? Cooltip. Zauberfunken. Was ist das? Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Einen Bogen bräuchte ich... Oh mein, okay, 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 okay. Wer, wer benutzt den Bogen bei uns? Osterion und Karlak. Was ist das hier für ein Vieh? Bitte, ist das ein Zweihandding? Kriegswaffen oder Dreizack? Kampfstab. Dreizack wäre bei uns... Ne, Kampfstab nehme ich mal. Bock. Ist der jetzt noch hier oben am Chillen, Leute? Careful. Oh shit, der ist auch noch drin. Hö. Holen wir meine Leute mal raus, ne, würde ich sagen. Ganz schön am Brennen hier. Ja, zischt ab. Ich will nur einen Typen noch raus, dann habe ich meine Ruhe. So, ist der noch hier? Ja, bestimmt, ne? Da ist er doch noch. Wunderbar. So, kommst du jetzt mit raus? Wehe, ich gehe umsonst zu dir. Wehe. Wag es dich. Ich töte dich, wenn du hier drin bleibst. Wie wurdet ihr zwei getrennt? Ich war in unserer Runde. Wenn ich nur meine Mütze zu schütteln, über die blöde Daurie, sie würde noch... Sie würde noch hier sein. Wie ist das? Du solltest mir... Warte, ist hier irgendein Item drin? Warte, hat die? Moment mal, hat die vielleicht ein Item? Was willst du denn von mir? Bei dir wird der wohl irgendwas haben? Oder ist hier in dem Haus irgendwas drin? Ach, keine Ahnung. Ich weiß, was dann brennen doch. Es macht mir scheißegal. Dann brenn doch. In deiner Trauer. So. Und wir... Ähm... Shadowheart auch mal raus hier. Pushing, pushing. Komm, 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 komm. Drück, 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 drück. So. Ja, komm, das Haus brennt. Wir wissen Bescheid. So. Rote Goblin-Plünderer. Okay. Gold ist gut. Gold nehme ich. Und weg hier. Hätten wir das Auge geschafft. So. War's das? Warum beendet der das? Oh mein Gott. Hab ich das ab? Oh, hab ich die Idee das angestellt? Ah, ich Idiot. Jetzt war die ganze Zeit die Sprache von irgendeinem Mitgift. Das werde ich mir jetzt holen gehen. Geht mir zu, nachdem ich hier ein bisschen am Brennen war. Aber erst mal wird ein bisschen geplündert, ne? Bisschen Gold für mich. Rüsse zur Seed. Oh, okay. Ey, ich hoffe, stell die so an. Ich bin hier gelandet auch. So. Jetzt ist nur die Frage. Oh, ich hoffe. Guck mal, da ist doch was drunter, ne? Mach das weg, das Ding. Funktioniert das nicht? Warte, warte, warte. So, ne, ne, ne. Körner auf. Irgendwas ist da drunter. Ich seh das doch. Null Schaden. Warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee. Das funktioniert nicht. Hä? Ne, 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 ne. Hier muss doch irgendwas sein. Nicht hier rein, warte mal. Da drin bewegt sich, was? Oh ja, das ist gut. Das ist gut, wenn da was drin ist. Da muss ich rein. Ach, wen haben wir denn da hinten? Was ist das denn hier? Wer versteckt sich denn da? Was denn? Gedanken wahrnehmen. Ich muss ne Elf würfeln. Das kriegen wir doch hin. Bitte keine Eins, bitte keine Null. Gib mir ne Elf. Achtzehn. Wunderbärchen. Hehe. Sehr schön. Was ist denn mit dem los? Ich kenn die Lösung. Kleine Schlange, großer Schatten. Oh, weil ich den Typen vorher gerettet hab, ne? Oh, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Warte, wo geh ich hin? Warte, warte, warte. Hä? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, das ist der Keller von diesen Centarium-Typen, ne? Ah. Let's move. Okay. Ey, wir müssen ein bisschen umgucken, darf man sich auch, ne? Warte. Hier ist nichts zum Handeln. Kann ich mir alles klauen oder was? Warte, was ist das jetzt hier? Lesen. Okay. Aber hier gibt's nichts zu klauen. Okay. Ähm. Gut, das ist jetzt sehr antiklimatisch. Danke dafür, dass hier nichts ist. Perfekt. Was für Nutzen hat dieser Raum jetzt hier? Aha. Holzkoffer, Käse. Das ist sehr toll. Das ist scheiße unnötig hier, ne? Okay. Ich weiß nicht, wofür ich das benutzt hab. Kurz quatschen mit dir. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber warum chillst du hier? Ah ja. Okay. Ich kann mich hier noch weiter umgucken. Okay, jetzt auf. Mit Tieren umgehen. Sein Verhalten interpretieren. Ich muss ne 10 würfeln. Plus 5 auf Tiere. Plus 6 bis 9 kann ich würfeln. Wunderbar. Okay. Wenn ich schon 9 ans Bonus krieg, soll's nicht so schwer sein. Wunderbar, 14. Ich muss keine Angst haben. Ich muss ihn friedlich die Hände ausstrecken. So, das sollte ich ja wohl hinbekommen. Ich speichere bei jedem Würfel. Ich treue jedem Spiel gar nicht. 20. Wunderbar. Oh, sehr schön. Oh, jawohl. Kann ich mir hier umgucken, oder? Ne, ne? Okay. Ich war jetzt überall drin. Hier ist kein Mitgift, oder so. Muss doch irgendwas sein. Aha. Was ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Los, hau ab. Und was ist da drin, oder? Oh, Achievement. Ausgrabungen. So nehme ich. So. Gold. Ein bisschen Kartoffeln. Wasser. Ist doch wunderbar. Er ist hier nicht. Aber irgendwas. Ich checke diesen Heulbein nicht. Der ist super fishy. Untersuchen. Mehr Details. Kann ich nicht gucken, irgendwie, was der mir so bringt? Muss ich jetzt nachgucken, wie ich den scheiß Heulbein kaputt mache? Ah. Okay, ich weiß, wie, woran es scheitert. Also entweder liegt es unter dem Heulbein, das Mitgift-Ding. Oder es ist hier in der Scheune. Aber hier, also. Hier kann es ja nicht sein, ne? Oder? Nope. Nope. Okay. Äh, können wir mit dem quatschen? Okay, der ist zufrieden. Gut, dann nicht. Dann muss ich jetzt mal gucken. Wie machen wir das denn am besten? Ich weiß nicht. Irgendwas ist unter dem Heulbein. So. Surprise, this hay hasn't gone up in flames yet. Ich brauche irgendeinen Charakter, der eine hohe Wahrnehmung hat. Am besten gehe ich mal ins Lager. Und gucke, ob da jemand meine Wahrnehmung reinkickt oder so. So, er will reden. Ich habe gar keine Zeit für dich. Lesel. Möchtest du mal mitkommen? Was? Oh, sie hat Besuch bekommen. Ja, das ist doch was. Wie traut der überhaupt nicht? Hm, weiß ich nicht. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, die Traumgeschichte hat recht. Wenn wir diese Kultisten folgen, finden wir die Quelle unserer Larven. Ey, ey, soll aber nicht so negativ. Alles klar. Ähm. Komm doch in meine Gruppe. Ihr übernehmt, äh, Platz von Schattenherz. Gut. Our victory is most, sir. Ja, ich bin mal gespannt, ob das so praktisch ist. Dass das so funktionieren wird. So, jetzt habe ich eine Frage. Funktioniert das jetzt? Herr, der Futter noch nicht verbrannt. Ich muss es also, ja, 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 okay. Wie zünde ich den Scheiß denn an? Mädels, Jungs, haben wir irgendwas zum Brennen hier? Das funktioniert nicht, ne? Das funktioniert eindeutig nicht. Was ist das hier? Nee, 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 nee. Na. Moment mal, Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Psst. Gib Ruhe, Hysterion. Äh, nein. Das könnte funktionieren. Habe ich jetzt Ka... Eieieiei. Es tut mir leid, Carla. Keine Fehler. Feuerfallen müsste aber auch funktionieren. Funktioniert auch nicht? Okay, ich habe da mal eine Frage. Ich rotiere jetzt meine Crew komplett durch. Vielleicht hilft das ja irgendwie. So. Der Zauberer kommt mal mit. Hast du eine hohe Wahrnehmung? I don't know. Ja, ihr habt alle von der getroffen, außer ich. Ja. Ja. Interessant. Die absolute befleckt dieses Land. Wir müssen den Garaus machen und dazu alle Mittel nutzen, die uns geboten stehen. Bigger Picture. Na, mal gucken. So. Komm noch mit mir mit. Der Seil wird gehen. So. Was ist mit ihm? Moment, den könnte ich auch mitnehmen. Wir shaken mal ein bisschen unsere Leute durch. Das klär ich dir, mein Bärchen. Was? Komm mit. Kann ich ihn mitnehmen? Wie geht es euch hier draußen im Lager? Die Bücher, wo man so. Ich bin sicher, dass etwas zu mir kommen wird. Alles klar. Okay, den kann ich schon mal nicht mitnehmen. Den nehmen wir gleich vielleicht mit. So. Lager verlassen. Bitte lass mich jetzt mal irgendwas in Wahrnehmung hier haben. Das ist ja übel. Erfolgreich. There's a chest. Jawohl. Ich hab das mit Gift. Erlobungsring. Gold. Und Malachit. Geil. So. Jetzt wicken wir uns wieder in unserem Lager. Und ich nehme mal wieder die liebe Hello Heart mit. Die freut sich da auch mitzukommen. Und wieder ein Trauma zu sein. Ja, ja. Wir hatten den alle. Jupp. Es sieht so aus. Das könnte auch sein. Äh, ihr wart fasziniert, als Horst in Dunkeln die Zahre erwähnt hat. Ist ja richtig geil drauf. Das, äh, daran erinnere ich mich noch. I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah. Save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the night singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect endless darkness. Mhm. It's all I ever wanted. I prayed. It was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Ey, vielleicht bist du jetzt bereit. Not my mother mother. I should add. Ja, das wissen wir auch. The mother superior. Head of Lady Shah's Enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything. And I only wish to serve. Yet she can prove inscrutable. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Äh, warte nochmal. Ihr und ich zwischen uns gibt was besonders, glaube ich. Ich möchte drüber reden. Gibt es so eine Beziehung wie diese habt ihr noch nie gehabt, oder? Ey, 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 ey. Was soll denn das? Okay, kommt mir mit. Ich stehe mit dir, aber Dinge sind ein bisschen crowded. Ihr braucht Raum für mich. War lag nicht, nein. Gail. So. Wonderful, sagt sie. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Ja, was? Okay. So, das haben wir mitgenommen. Jetzt können wir auch den Typen wahrscheinlich retten, ne? Denke ich mal. Dann schauen wir doch mal. Nächste Quest, die ich abschließen kann. Ey, was soll denn das? So, Junge, ich habe den Ring gefunden. Du kommst jetzt mit raus. Du gehst mir nämlich gewaltig auf den Sack. So, bitteschön. Ich habe diese Truhe gefunden. Gehört die euch? Kommst du jetzt mit? Alles klar. Und das war's mit der Quest dann. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier so ziemlich alles abgeschlossen. Wo sind denn die anderen Leute? Was ist denn hier wieder? Prost. Ach, Asteria, man. Brauchst du immer eine extra Einladung? Wirklich? Du bist halt manchmal echt nervig, ne? Wenn du nicht so OP wärst, hätte ich dich schon lange zu Hause gelassen, ne? So. Nein, Alchemie brauchen wir nicht. Wie voll ist mein Inventar? Da könnten wir uns eigentlich auch mal drum kümmern. Die Karte aus. Habe ich hier noch irgendwann offen? Ich glaube nicht, ne? Tagebuch. So, wir haben eingewürgt, nach dem Großherz zu suchen. Wir sollten zu den Trümmern des Mondaufgangs gehen. Ich würde gerne das Nachtlied machen. Ist noch nicht abgeschlossen, oder? Das Buch kann ich immer noch nicht abschließen. Okay, aber ich weiß ja, wo dieser Eingang war von der Nacht. Das war ja bei den Goblins irgendwo. Das genau werde ich jetzt auch mal machen. Oh, was? Okay. Wir widmen uns dem Nachtlied. So, ich muss hier rein. Hier dürfte ja keiner mehr sein. Eigentlich. Wo war das nochmal? Ich glaube, der Eingang war bei der, ähm... Ah! Komm, die Goblins her! What the fuck? Das ist wild. Das ist sehr wild. Elf Damage. Asteria, mein Schatz. Mein Freund. Mein, äh... Großer Ark. Bogenschütztyp. Mach das weg hier. Mach das Vieh weg. Wunderbärchen. So. So. Alak, du auch, ne? Auf dich baue ich auch. Wunderbärchen. Muss erstmal die da oben alle erledigen. Spielschlag. Eiii. Das ist schlicht. Kann ich? Oh, oh, das ist sehr gut. Gebt Gas, Kalak. Genommen. Gut. Na, Kalak kann tanken. Oder die weicht aus. Das geht auch. So, ich mach den da oben zuerst weg, weil ich hab gar keinen Bock auf Bogenschützen. Okay, da hab ich scheinbar nicht bewegt. Oh, lol. Das geht auch, das wild. Sind nur noch zwei. So. Heilige Flamme. Und mach ihn weg. Komm. Komm, Shadowheart. Elf Damage. Geil. Und der letzte. Okay, oder auch nicht. So, jetzt aber. Okay, Schlag. Hör doch auf. Zerfleischen. Bitte, danke. Okay. So, mein Gott. Wo kommen die Goblinne auf einmal her? Kriegerin Trinses. Okay. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat, aber okay. Okay. Was zum. Warum? Sind hier neue Goblins? Jetzt hab ich ein bisschen Schiss. Und die Mucke ist auch nicht nett. Scheinbar ist hier nichts mehr. Okay. Wir müssen zu... Hier war das rein, oder? Hab's ja nicht auch einen Gang? Bin ich dumm? Doch. So, und ich meine, hier ging's zu einer Mission. So, oder bin ich... Moment mal kurz. Karte. Ging's hier nicht weiter? Echt nicht? Glaub nicht. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Wo hatten wir diesen einen Eingang? Wo ging's zum Nachtglied? Wo war das? Nee, hier war das nicht, ne? Oder? Komme ich denn da nochmal rein? War das hier? Nee, das war da nicht. Okay, ich weiß wieder wo. Wir mussten zu den Spinnen runter. So war das nämlich. Wenn wir schon mal dabei sind, holen wir uns mal LeZell in die Party, glaube ich. Ich glaube, Shadowheart kann mal ein bisschen Päuschen machen. Boah, das ist aber sehr unangenehm, ja, ne? LeZell, LeZell, LeZell. Wo ist sie denn? Äh? Da hinten. Oh, lass ich Kardak zu Hause? Nee, nee, nee. Kardak ist zu OP. Speak, ja, ja. Ähm, kommt doch in meine Gruppe. Äh. Ich hab einen Erz. Well chosen. So. Bisschen Abwechslung reinbringen. Eigentlich mag ich Schatten jetzt, aber was soll's. Wir könnten ja auch neue Ausrüstung geben. Habe ich da irgendwas für mich? Nee, ne? Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal muss ich kurz die Mission da machen. So, okay. Aber gut, dass ich wieder weiß, wo es war. Soll ich noch Level abmachen? Okay, das mache ich alles später. Das, äh. Muss jetzt nicht sein. Okay. Okay. Und den Tünen. So. Hoffe, ich liege richtig. Schon ein Weilchen her. So. Wir müssen runter zu den Spinnen. Das war doch auch hier irgendwo. So. Uno momento. Hier war das, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ja, schön. Dann war das hier irgendwo rein. Glaube ich. Ach, Netz. Hör doch auf. Na, komm jetzt aber. Komm, komm. Meine Güte. So. War das hier? Ja, nein, vielleicht. Wo sind wir jetzt hier wieder? Ja. Okay, keine Ahnung, aber könnte richtig sein. Ähm. Warte, warte, warte. Komm ich da hoch? Müsste ich ja eigentlich, oder? Warte, was zum Teufel? Wo geht's denn da lang? Kameradistanz? Ja, ja. Entspannt euch. Warte, war das hier nicht? Moment, warte, warte. Okay, war das doch nicht hier? Okay, dann gehen wir doch wieder weg. Hat das zwar eine Änderung, aber naja. Das Stadt ist doch. Ah, ja. Ich hab vergessen, dass sie eine Elf ist, ne? Die hat auch ganz schön, ganz schön gehässig ist die. So, zum Lager. Dann quatschen wir mal dem hier. Wenn ich schon mal dabei bin, hab ich irgendeine Ausrüstung, die mir gut passen würde. Was ist das hier? Äh. Gewählt. Resistenz gegen Kälteschaden. Was ist das hier? Nekroman. Ich bin halt gar kein Nekromanzen-Ding. Ne? Was ist das denn hier? Er trümmert, der Flegel. Äh. Trifft er mit dieser Waffe einen Gegner, so wird der Anwender von allem gesagt. Geheilt. Kann ich doch wahnsinnig werden. Das ist schlecht. Okay. Dann reden wir doch mal mit dem Will. 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 Äh. Ja. Ja, Joe haben das Gasthaus abgebrannt und den Herzogen empführt. Ist ja gut. Was wollt ihr denn alle von mir? Lol. Lol. Dann ist ihnen schon klar, wir sollten Herzog Ravengard retten. Thank you. That means a lot. Gerne doch. I wonder. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzin would have little use for my father. Ich glaube, keine Ahnung. This is no Drow-Plot. These absolute nutters. These true souls are behind his abduction. Vermutlich. His absence alone will so chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The absolute has seized not just my father, but the future of the sword. Ja, ist ja gut. Wir finden ihn ja schon. Solche Sachen solltet ihr mir nicht verheimlichen, weil. So geile Charaktere, aber ich kann nicht alle mitnehmen. Das ist so scheiße in dem Spiel. Ah, dann gehen wir mal. So. Wird hier sonst jemand quatschen? Shadow hat nicht. Vielleicht Lizelle irgendwie ein bisschen. Small talk. Hast du da Bock drauf? Das Weg. Du bist wieder richtig gut drauf. Perfekt. Äh. Ich muss oft an die Träume denken. Meint ihr, diese seltsame Gestalt kehrt zurück? Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Ich habe erwischt, dass unsere Parasite einen Geith-Elder serviert haben. Aber ich glaube, dass sie noch einen größeren Master servieren. Ah. Das Hälteste klingt nicht nach einer erstrebenswerten Begegnung. Ein Geith-Elder-Brain. Es lebt ohne Körper, ohne Armour. Außerhalb der Brine-Pool, die es in Habit hat. Okay. Ein Geith-Yankies-Greate-Pleasure. Die ist aber auch wirklich speziell, ne? Ähm. Eure Ziege sind ungewöhnlich. Geith-Yanki sind hier nicht gerade häufig. Von Ausgleichen, ne? Äh. Ich habe von Geith-Yanki gehört, aber noch nie welche getroffen. Natürlich haben Sie nicht. Sie würden Sie von Neval zu Neuk. Du bist noch weniger alien für mich, als ich für Sie. Ich weiß von Ihrem Kind, aber ich habe sie nicht oft oft getroffen. Warum bist du denn so? Aua. Ah. Warte mal. Warte mal. Was ist, wenn ich die beleidige? Steht die da drauf? Eure aufwärts gebogene Fledermausnase ist auch nicht hübscher. Besser ist eine Opinion. Aber meine ist sicherlich mehr ökonomisch, diszipliniert, dignifiziert. Okay, das war's noch nicht. Danke fürs Gespräch, Lasse. Ja, perfekt. Das lief ja richtig gut. Nicht. Guck mal, dass wir irgendwie hier ein bisschen... Sind noch Sachen drin? Zum Händler gehen und Sachen verticken können. So, habe ich hier einen Händler? Nee, Moment mal. Du bist doch ein Händler. Nee, ist er nicht, ne? Eigentlich. Nee. Lager verlassen. Habe ich hier irgendwo einen Händler? Ich brauche einen Händler. Harte. Ich glaube, ein Smaragdteil ist noch ein Händler. Könnte nicht schaden, da mal hinzugehen. Ich brauche einen Händler. Wobei ist der da noch? Hm, shit. Boah, weiß ich nicht. Aufmachen. Drogenfahndung, hallo? Okay. Wir haben ein Problemchen. Wo verticke ich denn auch meine ganzen Sachen? Wo habe ich denn die Sachen vertickt immer? Ach, der ist noch da. Oh, Gott sei Dank. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Senke. So, Händler, komm mal her. Ich muss ein paar Sachen verticken. So, das sieht doch sehr gut aus. Ich bräuchte mal dringend eine Rüstung für mich, ey. Okay, okay. Das vertickt mir auch, weil... Brauche ich nicht. Okay. Das kann auch noch weg, der Deutsch. Was hast du denn so für mich? Was ist das hier? Leichte Rüstung. Mittler Rüstung. Das bringt mir nix. Was ist das denn hier? Was ist das? Was ist das? Leichte Rüstung. Aha. Gepolsterte Rüstung. Du erleidst zwei weniger Wuchtschaden. Leichte Rüstung. Du hältst einen Bonus plus also Heimlichkeiten. Brauche ich alles nicht. Oh, haben wir noch mehr Rüstung. Okay, okay. Warte, warte, warte. Was ist das hier? Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Du hältst plus ein Bonus auf Geschicklichkeitswürfe und Geschicklichkeiten. Okay, okay. Wollte man kaufen. Was ist das hier? Mittlere Kettenhemd? Du hältst ein weniger Heapschaden. Du hältst ein Bonus auf Schluss ein. Boah, das ist gar nicht schlecht, ne? Kuppenpanzel. Du hältst ein weniger... Schwere Rüstung. Das wäre für Karlak wahrscheinlich, ne? Okay, wir kaufen den mal. Und dann, wo war meiner? Leichte. Wem von den beiden nehmen wir jetzt? Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Den nehmen wir. Noch irgendwas hier? Ne, ne? Ich bräuchte nur Halt drin. Die gehen immer. Wenn wir schon dabei sind... Können wir auch kaufen. So, okay. Dann ziehen wir uns mal um. Ja, ja. So, Charakter. Das kriegt die liebe... Shit. Schattenherz. Und das ziehen wir nicht an. Das ziehen wir an. Wunderbar. Das sieht doch schon Tüfte aus, ja? So. Shit, ich muss mal ins Lager. Vielleicht kann ich hier... Let's say, äh... Shadowheart decrippen. Geht das hier? Ja, okay. Gott sei Dank. Shadowheart, Shadowheart, Shadowheart. Da. Die zieht mal... Ach, die hat schon das, ne? Ach, du Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, mein... Oh, hell, na. Shit. Das war sehr dumm von mir. Das bitte an Shadowheart. So. Ich muss immer noch herausfinden, ob das so Schwert und... Weil Keule und Shit die beste Rüstung ist für sie, aber... Hört auch nicht so Tüfte aus, ne? Aber naja. Naja, das ist... Könnte ich zum Tank machen? Könnte ich. Dann könnte ich mit Karnak nicht... Überlege gerade, ob ich nicht mit Asterion... Äh... Shadowheart. Aber Karnak ist zu cool. Überhalten wir lieber mal. So, Karte. Wir müssen jetzt also nur noch da hin. Ich glaube, wie laufe ich da hin, Michael? Das wird ja ewig dauern, bis ich da hinlaufe. Okay, das wird dauern. Einmal anschnallen, das dauert ein bisschen. Äh, wir wechseln kurz. Weil der Sell ist immer so ein bisschen unangenehm. Wir nehmen mal lieber Shadowheart mit. Außer... Hat der Charakter und Shadowheart ein bisschen, ne? Echtel, Echtel. Du kommst mit Öl mit. Wonderful, so. Shadowheart. Könnt ihr auch zum Tank machen, quasi. Mal gucken. Die macht mir zu wenig Damage. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie was rausfinde, wie die ein bisschen mehr Damage machen könnte. Wir müssen hier hoch. Oh, moin Goblinschläger. Alles fit bei euch? Ja. Ähm. Waren wir hier schon mal? Waren wir, ja. Ich glaube aber auch falsch. Dahin? Ne, muss ich nicht. Ich muss zurück. Dann einen anderen Weg gehen. Darf ich mir die snacken, hier? Nein, nein, nein. Stopp, stopp. Was ist mit der hier? Verschlossen. Hysterial, mein Freund. Mach das doch mal hier weg. Mach das doch mal weg, hier. Mach das mal weg. Das ist meine Truhe, ja. Die nehmen wir uns. Wird wohl bestimmt schon was drin sein, was cooles, ne? Warum nicht? Geh er damit. 29 schmeckt. Und was ist da drin? Mach auf. Helm, der hast du... Oh, warte mal, warte, was? Was für ein Helm ist das? Was macht der, was macht der? Zu Kampfbeginn hält der Träger drei Züge lang Wucht, 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 Wucht. Wer braucht denn Wucht? Das könnte wahrscheinlich was für Karlax sein, oder? Vielleicht. Maybe, maybe not. Bruch, das klingt eigentlich ganz gut. Das sieht maximal ekelhaft bei ihr und hässlich bei ihr aus, aber eh. Muss ja nicht alles schick aussehen. Muss ja nur wirken. Ja, ihr seht jetzt richtig aus, okay. Hier waren wir auch noch nicht. So. Oder was? Was ist denn mit dem? Ah, lass ihn mal pennen. Soll ich mich nicht kümmern. Haben wir hier? Was ist das denn hier? Öffnen. Was geht denn hier ab? Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Ach Mann. Ah, weg gehen. Komm, wir lassen die da drin pimpern. Ist mir egal. Hilde Sache hier. Die sind auch ordentlich zu Gange. So. Okay. Oh, was zum Buddeln. Hack die Schaufel aus. Mag mal ein neues Ausfeld. Das sieht cool aus. So. Gold. Bronzenbarren. Oh, das hat sich ja richtig belohnt. Ah, okay. Dann springen alle Mann mal bitte rüber jetzt hier, ne? Und Frauen. Und hopp. Das kriegst du ja wohl hin, ne? Aha. Und letzter bitte. Wunderbar. Ding, 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 ding. Hm. So. Hier waren wir schon. Ne, genau. Hier ist die abgefuckte, gebrannte Villa. Ja. Da kann ich nichts mehr machen. Also geht's jetzt hier weiter. Karte. Hier gibt's nichts mehr für mich. Näher mich gleich der nächsten Mission. Gebirgepass. Ja, ja, okay. Oh, nein. What? Was für ein Drache. Scheiße. Das ist schlecht. Gebirgepass. Okay, wer ist das dahin? Naja. Was ist hier mit ihm? Kann ich dir irgendwie helfen? Was? Ähm. Was ist los? Was? Apart from the Dragon? Schau. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. Unless you're looking for a fight. That is. Mir scheint einen guten Überlebensdienst zu haben. Wir könnten mit mir mitreisen. What? Just follow you around. I go my own way. Alone. Ja, dann nicht. Ja, dann nicht. Zieh ab. That's it. I'm getting out of here. Ja, zieh ab. Dachte, wir haben neun Gefährten oder so. Schade. Aber mein Team ist eh schon voll genug. Ich kann mich jetzt schon kaum entscheiden. So, sie sagte, ich soll außen rumlaufen, aber ich stehe eigentlich auf Stressen oder so. Lassen wir es knallen. Oh, die sieht aus wie LaSalle. Das ist ein Githinky oder so, ne? Oha. Oh ja, wir bräuchten LaSalle ganz dringend. Die schöne Brücke. Ach ne, jetzt komm ich da nicht mehr rüber oder was? Ach, Mann. Stop wasting time, Beretha. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Can we kill them? Please. Pretty please. Entspann dich, Meisterion. Entspann dich. Erstmal holen wir uns jetzt hier LaSalle ins Team. Das schreit ja schon danach. So. Gleich lasse ich mal Kahlak zu Hause. Weißt du was? Du kommst jetzt mal mit hier. So, mitkommen. Kahlak, bye bye. Gut. Ich glaube, wenn ich das so hinbekomme, dass... Ähm... Shadowheart und... LaSalle quasi Tanks sind und ich mit... ...Esterion hinten buttern kann, glaube ich gar nicht schlecht. So. Das sind doch deine Freunde, hier LaSalle. Guck mal, ob die uns mögen oder nicht. Moin. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh, shh, shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Darf ich die töten? Yet you are not bleeding. For I am nothing, if not merciful. Your name, child. So, wir machen. LaSalle. LaSalle. Proud. Regal, even. You will call me just still Kithrake. Ich lenne dich gar nicht, ich kopf dir gleich den Kopf ab. Kopf dich gleich. I am who you say. A gate vessel has fallen from the sky, LaSalle. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Vos seeks is the same one the absolute followers are hunting. It's the artifact that she carries. Lecht. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their glory. Okay, das ist ein Problem. Take word to your crash. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Das wird nicht funktionieren. Warte mal, ich hab da ne Frage. Ich hab jetzt hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Jetzt wird's knifflig. Das seltsame Gerät hervorziehen. Ihr sucht wohl das hier. Okay, das mögen die nicht. Aber muss ja mal alles ausprobieren, ja. Die war sauer. Oh, shit. Gut, das war keine gute Option. Dann stech ich sie halt ab. Mein Gott. Darf ich die denn töten? Sind alle ein bisschen nervig. Die haben ein paar Komplexe. Bestätige meine Anfrage. Ich hab nen großen Titel. Sprich mich gefälligst auch an. Bleh. Ekelhaft. Dem schneide ich gleich die Kehle durch. Das ist ein fairer Kampf. Was ist das hier? Fünf gegen vier oder was? Ey, ich spiel da nicht mit, ne? So. Ich spiel da nicht mit. Spiel? Hallo? So. Take word to your crash. You are... Speak up, child. Affirm your mandate. Ich habe einen eigenen Auftakt. Sterbt, Gith. What? Halfway. I have not... You do not control your slave. Barretha. See. Die ist immer sauer. Ich hätte Lesel nicht mitnehmen sollen. Die ist ja so nervig. Also, es gibt da quasi nur eine Option. Ich soll die mal machen lassen. Deren Kopf aufzuspießen wäre auch nett. Die sind so frech. Mag ich nicht. Solche Frechdachse, wirklich. Der kann mir irgendwas befehlen, ja? Aber ich spiel mit. Damit Lesel happy ist, komm. Spiel ich mit. Spiel ich mit. Viel. So. Take word to your crash. Speak up, child. Ja, überzeugen mit den Leppen. Affirm your mandate. So. 19. Passt. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods. Alle einverstanden. Sehr gut. Teuschen erfolgreich. Take your slaves and hunt those who escaped the geish ship. Sklaven, also. I fly now to Vlackith, our und dying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Boss' words. Wherever he flies, it is not to Vlackith. To Danos! To the sky! Irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber der hat einen coolen Drachen. Was gebe ich ihm? Können wir die anderen jetzt aufschlitzen, oder? Blinde. Ich hab alles richtig gemacht, scheinbar. Alles gut, Lassel. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hauptsache du bist happy, ne? Würde ich mal sagen. Ich bin da ja, das kann ja alles verticken. Alles für Geld. Überladen alle auf. Das Schildchen. Wo ist das? Können wir mal Shadowheart geben. Bin ich überladen jetzt? Ne, ne, doch, bin ich. Mein Gott, scheiße. Na, komm. Ich muss ein paar Sachen wegbringen. Fallen lassen. Das sollte schon eher gehen. Immer noch zu Feuerlauf. Dann packe ich das am besten in die Truhe. ins Lager senden. Immer noch zu Feuer. Meine Güte. Gar nichts mehr so schweres im Gepäck, oder nicht? Wot, 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 wot. Wie, die ist nicht einverstanden. Hä? Warum ist denn die jetzt sauer? Sprech. Richtig. Die ist scheinbar sauer. Weiß zwar nicht warum, aber das werde ich bestimmt irgendwann herausfinden. Jetzt gleich. Vielleicht sollte ich mal pennen gehen. Das ist ja so eine Möglichkeit, ne? Erstmal will ich mit dir quatschen. Hm. Ne, okay. Ich speichere mal und gucke, ob ich dann schlafen gehen sollte. Ich weiß. Hauptsache, LaSalle war jetzt ein halbwegs happy. So, verwenden. Will dir irgendwer quatschen? Willst du quatschen? Speak. Speak, speak, speak. Mehr sagst du nicht? Äh. Okay, scheinbar passiert auch nichts großartiges. Was ist mit Shadowheart? Will die ein bisschen quatschen? Sehr gut, die will quatschen. Das wird auch nicht passieren. Finden wir es lieber nicht heraus. Wir müssen schon mit genug anderen zurechtkommen. Agreed. Ähm. Wollen wir mal was quatschen, was uns so wiederfahren ist? Fine. Was ist auf deiner Meinung? Äh. Wie bewähre ich mich, eurer Meinung nach? Bevorragend. Hihi. Ihr und ich haben ein paar gute Zeiten zusammen und es scheint, wir haben viel in der Gemeinde. Sehr schön. Ähm. Das willst du wahrscheinlich nicht mehr reden, oder? Wie geht's euch? Sehr gut. Hehehe. Hat ne Liebe. Okay, dann pennen wir mal und hoffentlich passiert nichts. Und? Äh. Machen wir mal voll das Ding hier. Passiert was? Okay, alle schnarchen. Also passiert nichts, richtig? Okay, okay, okay. Nichts ist passiert. Alles klärchen. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank.